WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 WDR Du steckst ja auch drin. Bardo, ich bin die Gesellschaft. Wie lange hast du eigentlich verheiratet? Ich bin verheiratet. Nein, ja bloß. Viel lang hast du aber nicht gehabt von Ihrer Ehe, oder? Doch, einen halben Tag und eine ganze Nacht. Ich liebe meinen Mann. Den Bill habe ich lieb gehabt. Sie können Ihr Verhör beenden. Ich habe den Neger erschlagen. Das bringt uns rechtlich die Miss-Digitimationen, Sabotage und Blockade zu starten. Sie sind da gefangen, der Herr Ralf. Sie sind wohl wahnsinnig! Das war doch verabredet! Keine Waffe, die nur ist auf die Not, wenn er sich mehr erbt! Darum geht's doch! Wie war die Not nur in Fürth? Du kennst es doch tot! Aber der ist natürlich zu schlau, was du schmuckst. Die Beine! Die Beine! Die Beine! Die Beine! Die Beine! Die Beine! Okay, wie versprochen! Paul wäre drückend! Er hätte gedacht, dass unsere Staatssicherheit so... ...unfähig ist! ...undfähig ist! Über die Welt Die Beine! Die Beine! Die Beine! Gehe! Mama, was passiert?